Oder willst du Construction pushen? Ja, Construction. Ja, ja, ja. Lockerspieler. Ja, wahrscheinlich will er die da auch killen, aber wir killen den Wichser einfach. Killst den Spieler, obwohl den brauche ich auch eventuell, wenn es New Sack ist. New Sack. New Sack Card. Ja. Könnt ihr jetzt hier hingepusht kommen? Hm. Oh, hä? Der hat grad übrigens kassiert, irgendwer. Ja, der Sniper-Scape oben drauf kassiert. Ja, ja. Push jetzt hier lang. Der steht wahrscheinlich da, wo wir eben standen. Naja, die Ecke. Oh, das war Kiosk. Willst du durchpushen, oder? L-Pushen wollte ich eigentlich, aber. Ja, meinst ja. Ja, komm. Links Büsche. Oh, oh, oh. Ne, ne. Links irgendwo. Hast du kassiert? Ne, ne. Hä, irgendwer hat kassiert. Ne, du nicht? Ne, ne. Hier kommt was, glaub ich jetzt. Ja, hier kommt der. Ist der down? Keine Ahnung. Hä, der hat voll geleckt. Ich glaub, der lebt noch, alter. Der war hier grad im Busch. Ne, der hat keine Nades. Mann, ich auch nicht mehr. Ne. Fuck. Doch, der ist down. Ja, nice. Ja, der hat übelst geleckt, aber der wurde beschossen von hinten. Ja. Oder von rechts, von der anderen Seite. Das ist ein paar Spiele. Reloan guard. Ah ja. Na ja. Wir haben zwei, wir haben zwei gekillt vielleicht. Oder der wollte den grad looten. Der wollte den looten. Hier ist noch einer. Hier ist der SKS und hier ist ein anderer Typ. Pass auf. Da ist bestimmt noch einer. Relativ sicher sogar. Der hat weiter weg irgendwie. Wurde der angeschossen hier. Den wir grad gekillt haben, weißt du? Na ja. Na, da hast du nicht gehört, ne? Ne, ne. Ich auch nicht. Die hat nicht geschossen. Nur die SKS. Jo, deine Customs. Ne Skivel? Jo. Krass. Ne, ich aimte da jetzt ab. Joa. Ich hab glaub ich hier gehabt, was gerade. Bei dir? Ja, hier so irgendwo. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ich hör was. Ich aim ab. Ich aim ab. Ja, ja. Ist hier durchgegangen. Hast. Hast. Ja, ist down, ist down. Nice. Schlepp. Die clown dir ja die Kills da gerade. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da alleine hingehen will. Ja, ich komm nach direkt. Ich will nur die Waffen und die Dogtags kollegen. Ah! Ist da noch. Boah. Es lebt noch. Alles cool. Ja, ja, rechts. Er schießt immer weiter einfach. Ja, 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 ja. Ich bin wieder da. Nice sehen. Alles rap. Ah, nice. Jonge, alter. Was ist denn hier los? Das war aber ein Scaf. Player Scaf. Okay. Du hast doch getagged von dem Eingreif genommen. Ich bin hinter dir irgendwo im Busch. Ey, ich hab die eine Leiche irgendwie nicht gefunden. Ah, die liegt da doch. Zu viele Fische hier. Hier. Ach, hier, ja. Ja. Weißt du wo? Ne, den weiß ich gar nicht. Aber egal. Ich? Ne, ne, hier weiter. Ne, den auch nicht. Der hier. Aber hier, den nehm ich auch nicht. Der da. Der da. Der, ok, ok. Ok. Wie viele Leichen im Busch, ey. Wie viele Leichenstände hier. Oh, hier. Ah, da vorne ist einer. Alter, warum zitter ich so? Jetzt in real life oder in... Ja, ja, in real life. In game life. Ne, ne, real life. Voll weggezittert, ey. Mal links, rechts am Kopf vorbei. Was sind die Drogen? Die ich nicht mehr nehme. Bezugserscheinung. Ey, ich hab den Jump geschafft. Ey, Tim, du lernst. Warum? Nö, ich probier den noch nie. So. Ne, weil du so ein Movement-Krüppel bist. Stimmt gar nicht. Ja, manchmal. Stimmt, ja. Movement-Krüppel. Boah, auf Seite, Floor, du bist tot. Oh! Ich glaub ich bin auch tot. Ah, hieß einer. Ah, helft mir. Das Gap, oder? Weiß nicht, Ulo. Das hab ich mit in den Tod geworfen. Ich hab dich. Okay, hab dich. Hast du den? Ne, ne, hab dich. Sicher. Ich hab alles weg. Außer Stormack und... Chest. Ich bin hier im Container, ne? Junge. Oh, der hat auf jeden Fall auch ein bisschen kassiert. Junge, ich bin so am abschmieren. Durch den Killen, oder? Ja, ja, kill den Deck, Alter. Ja, wenn ich dich lecken würde, Alter. Junge. Alter, was du... Players. Ich treff den halt irgendwie auch nicht. Oh, hier, kommt noch irgendwas an. Kill den bitte mal. Danke. Hab ihn, hab ihn. Hier kommt noch was. Hier. Hab ich. Nice. Boah, ich muss max auf den. Ja... Ey, ich bin... Ich hab alles weg, Alter. Ja. Ja, ich auch ein bisschen. Auch ein bisschen, ja. Ähm... Hä? Was machst du da? Alter, kann der mal einfach die Luft anhalten? Der hat den Scaf Boss, ey. Der hat den Scaf da. Ach so, Sniper Scaf, Alter. Ja, ja. Ich denk die ganze Zeit, was ist der Scaf Boss? Wenn du fighten mit der Nalamus, war's das. Ja. Noch ein Sniper Scaf. Hier ist direkt einer vor uns. Hab ich. Man sieht genau, wo ich den getroffen hab. Mit den zwei roten. Wo ist der Kollege? Ich seh den gar nicht. Boah, Junge, dahinten! Ja, ja. Okay, komm. Alter, siehst du meine Schüsse? Oh, Junge. Ja, Mann. Die fliegen alle voll vorbei. Ja, woher ich genau auf den ziehe. Da ging ein Bein, Bein. Ja. Voll lustig. Hab ich Leuchtspur-Munition? Ja, du. Voll geil aus, ey. Ja, Mann. Leuchtspur. Das ist krass, dass um 60er merkt die Leuchtspur immer. Ich wusste gar nicht, dass das Leuchtspur-Muni ist, die ich da die ganze Zeit benutze. Wie heißt denn das? Was ist das für Muni? Meine презид dobre Z, Launch tir transc Cheer. Ich weiß nicht, welche du meinst? Ich habitative einen coat와. Cool. . Clear. Aber da vielleicht? svd dass ich immer noch erleben dass hier was gut ist das ist die ist voll der wohl schon dahin oder was waren das gerade für schüsse ich habe beide beine gebrochen was macht deswegen halt gebrochene beine ja so logisch wahrscheinlich kann sich bewegen werden benutzt das benutzt ist voll am weg zittern ja 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 von hinten am rand an der bande Was ist denn da hinten dran? Da pusht drüber. Das war glaub ich ein Scaf? Keine Ahnung. Pusht drüber? Wohin? Ist jetzt hier Richtung Fluss gepusht. Ja. Irgendwie in den Graben hier runter. Hab ich gesehen. Naja, der piekt da irgendwo. Ich schleich mich mal ran. Wo bist denn du auch? Links? Ja, hab ich sehen. Der heilt sich gerade. Oh Mann ey. Voll assi. Der heilt sich gerade schickt. Ich beobachte den noch so ein bisschen. Ja, ja, richtig. Aber das war Mosin-Man. Das war doch eben nicht Mosin-Man, oder? Nee, Mann. Wie eben? Der auf dich geschossen hat. Nee, das war der nicht. Nee, das war der nicht. Nicht? Nee, nee. Hä? Ja... Also auf dich hat irgendwas schnelleres geballert, aber... Ich weiß nicht, wie man so schnell eine Mosin repetieren kann. Wo bist du? Nee, hier. Immer noch beim Kiosk. Aber... Hä? Da ist er wieder. Oh, ja. Ja, ja. Der ist auch dahin. Kann ich sehen, ja. Wo denn? Rechts oder links hinter dem? Bei dem Busch da irgendwo. Busch? Äh, bei den Containern. Rechte Seite. Kann ich sehen. Lass mal ran pushen. Der ist da genau bei dem Hügel. Ah, nee. Rechts. Da ist ja noch einer A. Naja, das ist der. Der rennt weg irgendwie. Naja, sind noch mehr. Links, ne? Auch noch was, ne? Links auch, ja. Und rechts. Zwei. Lass mal den linken wegkillen. Da liegt einer. Ja. Ja, ich würde grad sagen. Den hast du, oder? Nee, Mann. Nein, was? Ich krieg ihn nicht. Ich hab den kill gemacht. Hast du? Nee. Der liegt da. Ja, hab ihn. Alter, ich hab den doch nen Headshot bedrückt. Hier ist doch noch... Hier liegt auch noch einer bei mir irgendwo. Ja. Ja. Ich bin hier rechts von dir, ja. Kommen wir zur Straße hier? Kommen wir zu mir? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Irgendwo hinter der Hütte hier liegt er, glaub ich. Ja, ja, hinter dem Hill, ja. Hä, what the fuck? Ja, 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 ja. Ich mag dieses Ort nicht. Okay. Wo bist du? Seh dich immer noch nicht. Rechts von dir, rechts von dir. Ah, da, okay. Direkt neben dir. Ah, da ist er vor uns. Da. Ja. Nice. Junge, warum leckt das so, Mann? Ich hab grad Stand spült, der hat den mir gedrückt. Ah, Glück gehabt, dass ich den nur noch gesehen hab. Ja, das waren ja sogar richtige Spiele. Es waren auch drei. Hier liegt nicht noch einer. Die liegen in einer Reihe, Alter, what the fuck? Wir hätten den gekillt. Du? Nee. Oh. Oh nein, ich hab rausgetippt. Und nee, doch nicht. Ja. Da liegt noch einer am Baum am Baum. Der Baum. Hit. Der ist hinter dem Stein jetzt hier bei mir. Ja. Nochmal Hit. Der ist allloaded, Typ. Hab jetzt mal mich. Davon, Davon, Davon! Nice. Junge, was geht nicht? Ist das jetzt hier die gleiche Situation wie... Ich liebe Customs seit letztem, ey. Das ist richtig geil, was hier abgeht. Ey, war das kein Spiele? Das war ein Playerskapper, ne? Ja, ja. Ey, ich muss mal kurz Dings auffüllen, Mac. Was wir hier in den Busch setzen, oder? Ich lege mich hier in die Ecke, wo der eigentlich mit war. Ich bin hier im Busch. Oh, Junge. Ich brauch's getappt. Nein, doch nicht. Das hat's noch wie gezart geleckt, genau. Ich dachte, ich tippe raus. Ja, ja. Ich tippe raus. Ja, ja. Ich tippe raus. Vielen Dank.